Norddeutscher Rundfunk Bier, Wodka. Sie bräuchten eigentlich nur noch Brot, Wodka und Bier. Und Käse. Wodka, Wodka. Wodka, Wodka, Bier und Bude. Das ist nicht tot. Das ist nicht tot. Wodka, Wodka. Was ist denn, ich habe? I하면 mal ein Illinois von Wodka. Sie ist nicht tot. Wichtig ist. Sie hat ein Aufmerksamkeit. Wichtig ist. Wichtig ist. Was willst du? was du willst? warte! 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 주�体 Your Golden Rays in my eyes warte! warts! 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 Hallo! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Auge, 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 ist immer müh. Auge, Auge. Schön festhalten. Yo, geiles Ding hier. Auge, 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 Auge. Leute, Leute! Noch diese scheiß Mücken. Wir sind immer noch hier oben. Na dann. Kannst du vielleicht deine Kamera mal mit dem Bucks aufstehen? Scheißen Dreck. Scheißen Dreck. Schießt Dreck. Schießt Dreck. Schießt Dreck. Der Frisort ist auch überharsch. So, dort geht es nicht mehr voran oder was? Da ist leider zu Ende. Wo war das Ganze? Scheiß. Das ist aber leider deine... Das sieht aus wie er denn das Ding mit den Hohen eigentlich. Das ist ja hier in der Epilette, der seine Helfer verdient. Ja, komm. Ja, komm. Also wir müssen, wenn wir hier gehen... Da hast du langen Stein, das geht auch. Da ist der Weg, der führt dorthin. Aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt jetzt. Na gut, wir können den Weg so nehmen und dann... Kann man ja so abklopfen. Ist ja nicht so weit, wenn wir denn die Straße langlaufen. Wir können ja hier runtergehen. Das heißt, guck mal hier so. Wolltest du mal ein Stück vorgehen? Mhm. Also ihr müsst dann... Also richtig vorsichtig, ne? Na, ich sehe hier den Weg und dann hier runter. Da ist eine Birke, da kann man runter. Aua! Jetzt habe ich mit der Kamera schon den ersten Baum mitgenommen. Ja, los, das passt schon. Ja, klar, hier ist okay. Upsa! Ich bin auch Steinhauer, ich darf Steine hauen. Gut, hier kann man runter... Also ich denke mal... Ja, hier kann man runtergehen. Ja, ja. Und dann ist alles Pille Palle. Wir können sogar hier runter. Genau, man kann auf diesem Kamm dann runtergehen. Ist cool. Thomas, du siehst super aus. Das war so schön. Jetzt noch rein. Ist das? Nee. Jetzt ist es. Hat mir jetzt gereicht. Jetzt wird es flacher, aber es hat mir gereicht. Scheiße. Na ja. Ah, diese Mücken. Seht ihr mal, wo das Ganze oben ist, ne? So, jetzt zeig ich euch, wo wir waren. Und dann geht es so runter ein bisschen und dann so wie ein Stein, was so schrecklich so. Ja. Und bis dahin bin ich ja gekommen. Da in der Mitte. Jetzt. Mitte des Bildes. Ah, die Mücken. Erst ging.